Kupfer 1, mehr! Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Verstärkungen sind eingetroffen. Verstärkungen, ja, die nehm ich. So, welchem Commander können wir dir jetzt zuweisen? Ja, wie episch, ich nehm gleich den richtigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hab ich das jetzt richtig gerechnet? Egal, ich nehm halt einfach mal 8 mit. Konstruktion abgeschlossen. Hallo, sollst du eingeladen werden? Noch mal nachzahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schick los. Schick los. Du wär fertig, komm. Wie? Nichts mehr zum Erforschen da? Muss ich noch ein paar Defakte holen hier, du. Äh, Waffenpower? 380 zu 30? Ja, jetzt würd ich sagen, es ist besser als das schwere Geschütz. Bisschen langsamer, aber das ist okay, so. Speichern. Es bleibt nur noch eine Frage, wie komm ich an diese verkackten... schissenen... Adlerie vorbei! Ha, gar nicht. Hier fahrt man dann auf. Oh Gott, ich muss wieder durch enge Gänge. Hm. Die Wegfindung liebt enge Gänge. Liebt ja auch enge Gänge. Ach, die Adlerie ist so... ...geul. Ja, meine Adlerie ist richtig geul. Äh, was entdeckt? Hä? Wieso hab ich da unten jetzt ne Basis... Ach, weil die Adlerie da rauf schießt. Ah, mein... Oh Gott! Ja, da muss ich jetzt mal kurz noch eine Kleinigkeit umstellen, weil... So wird es ja sonst nix. Oh nein! Meldet! Hallo! Wir sollten nicht mehr wegfahren! Wow, wozu stelle ich denn das überhaupt um, wenn sie sowieso nicht befolgen? Okay. Ich hab grad beschlossen, ich zieh mich nochmal zurück. Ha, ha. Ja, doch, so zwei, drei Meter, ne? Oh Gott! Ich komm nie wieder aus diesem Pass raus, ne? Doch jetzt. Wow, die haben aber schnell reagiert. Gruppe 3, meldet! Geht mal so reparierend fahren, ne? Äh... Oh, ich weiß nicht irgendwo zu, wo es geht. Äh, geht nur wieder einer. Dann... Dann eben... Dich! Ha! Der Richtige! Äh, vielleicht. Gebäude wird angegriffen. Boah, verpisst euch doch einfach mal. Ah, ich nehm natürlich wieder der, der voll ist. Ah ja, klar, wie könnte es anders sein? Komm her. So. Jetzt muss ich noch den letzten finden, denn... Der da. Boah, ich bin so episch. Episch. Ja, ich bin episch. Jawohl, repariert mal alles schön und... Haben die mal in Allerie? Ah, die haben's ja geblasen. Ausgezeichnet. Da repariert mal eigentlich schneller. Wenn man erstmal so weiß, wie Artillerie Funktionation tun hier so, ne? Dann... Das ist ne richtig geiles Sache, Artillerie. Vor allem, weil sich die Gegensche Artillerie immer gleich wegbläst und... Ach, herrlich. Herrlich. Ich will noch was erforschen. Toll, das weiß ich, dass da unten ne Basis ist. Ha! Das wusste ich ja noch gar nicht vom letzten Video, oder? Brewster with Dis spent. Nööööööööööööööööö, gar nicht. Boah, ich muss noch mehr Reparaturplattformn bauen. Irgendwo da, oder so... Ich brauche mal ne schnelle Einheit. Båb ich nicht. Scheiße... Moment, ich hab ... keine Luft. Scheiße. Okay, wir erklär... Rüsten um. Die Luft können wir jetzt eh löschen. Kann ich heck keine mehr bauen, weil ich so schlau war. Allerie bauen wir eh nie, also das wollen wir auch nicht. äh, brauchen wir auch nicht halt, das brauchen wir noch das können wir löschen das können wir auch löschen wozu hab ich denn scheiße überhaupt wenn ich es eh nie baue den Commander kann ich im Prinzip auch löschen weil ich es nie mehr baue löschen auf LKW lassen wir noch drehen, gut wir nehmen jetzt, bringen wir das aus wenn ich einen ganz leichten Rumpf nehme so an Geschwindigkeit meine ich jetzt oder kann ich da auch ruhig so einen Tiger hier nehmen ja, kann ich auch Tiger nehmen V2L kann ich nicht bauen also nehmen wir Räder so und da nehmen wir jetzt einfach Sensorturm gut, wir haben eine widerstandsfähige Einheit bauen wir mal drei Stück davon ich könnte es natürlich auch in drei verschiedenen Fabriken bauen, dann ging es schneller pfff wir haben es nicht eilig wir haben Zeit wir haben Zeit wir schade dass sie nirgendwo hinschießen kann wenn sie kein Ziel hat das ist echt schade und wir haben kein Zeitlimiter, ach herrlich ich muss sie nicht hacken ja, also man muss sie nicht hacken und nicht eilen kann das schön gemütlich auf 30 Videos rausziehen die Konstruktion abgeschlossen schick los den Scheiß ach, wir stören so, da sind ich wieder und hab beschissene Framerates war geil hopp, werdet mehr werdet mehr Frames eben warst du so schön hoch jetzt jetzt gehts wieder gut geht wieder alles in Ordnung Daumen hoch für Kindernot ach ja richtig, das hatten wir schon wir hatten heute schon einen Daumen hoch oh Gott wie soll ich denn die durch den Pass da oben bekommen die werden auf mir zerhackstückel bevor sie halbwegs dort sind egal wo bleiben denn meine tollen Einheiten na komm boah ne Minute dauerts bloß und es trotz doch zu lang und wieso ist überhaupt niemand aufgefallen dass da ne riesen Basis wieder alles ist ich mein, hallo, so weit kann es nicht weg sein wenn der Transport nur ne halbe Minute braucht ey, ne Minute meine ich wieso fällt boah, was ist denn jetzt los boah, was ist jetzt los ich muss mal kurz schauen was da los ist da passt irgendwas nicht gar nicht sooo, jetzt gehts wieder weiter und es ist keine Ahnung was da schon los ist ich hätte die Aufnahmen nicht unterbrechen sollen na geil so ahn bist du langsam boah, warum hab ich keine VDL-Fabrik gebaut die sind zehnmal so schnell wie du egal wir haben jetzt ein Radar und ich brauch dasselbe nochmal in grün fällt mir grad auf also Tiger, Räder und CB ich weiß nicht, gibt es hier überhaupt noch andere oder reichen meine CB-Türme da oben aus wenn das hier beschossen wird wahrscheinlich nicht schauen wir mal was passiert es kommt keine Raketen geflogen verdächtig boah, warum ist die Framerate jetzt so niedrig, das kann nicht sein aber jetzt gehts wieder gut brav für Framerate werden die auch geordert oder so? nein das heißt doch ich brauch noch so CB-Dinger ach, jetzt tun sie zu kotzen egal wir haben's nicht eilig wir haben Zeit und du fährst mal da runter hier oder ich verweis dich mit Hand du bist zwei herzlichen Glückwunsch zwei sie dürfen in den Selbstmord Selbstmord fahren ja, eine Selbstmord genau nicht irgendwie Kamikaze-Mission nein, das ist eine Mord-Dich-Selbst-Mission boah, ich laber schon einen Scheiß tut sie das boah, und die Framerate ist wieder so zum Kerl zu kätzen ja schießt meine Artillerie auch mal da runter oder so? hallo Artillerie boah, und warum leckt das so verfickte Scheiße? hör auf damit mh, meine Artillerie kann scheinbar nicht so weit runter schießen scheiße das ist jetzt scheiße irgendwie das heißt ich muss da wirklich so runter fahren? boah, ne äh, baut da unten noch wegen Artillerie kaum und ihr drängt euch mal an die Wand und boah, was ist denn des? ständig habe ich die ultimativen Slowdowns hier mal die Aufnahme kurz stoppen Verstärkungen sind eingetroffen keine Ahnung was das jetzt ist oder egal, wir fahren halt, ich hab die ja schon geordnet, ne toll ja, und keine Ahnung warum die Framerate jetzt so niedrig ist ich hoffe, das sieht man nicht all zu sehr im Video das ist schon verdammt niedrig, ne ach, scheiße, ich hab mir da rücken ah, nein, scheiße egal, andere Geschichte hat nichts im Spiel zu tun ach, jetzt könnt ihr auf einmal wieder schießen, was ist sag mal, wollt ihr mich verarschen, aber ist so ich hab's schon wieder gefragt, ob sie mich verarschen wollen, du? ja schick mal noch mehr Baufahrzeuge runter, komm das ist doch so nix und wie ich die einen was wo, wie, wo, wann, was, hä? noch ein Baufahrzeug? boah, ihr Huren-Söhne na gut, dann bauen wir halt noch eins das ist mir doch scheißegal ich klicke hier einfach bei jedem einmal drauf und dann hab ich fünf neue, hä? wieso sei schon der Baufahrzeuge das sind WBFs, ja Zerg Drohnen, äh, nein was wollte ich jetzt sagen? genau, es sind, es sind Protosson keine LKWs, Protosson, das sieht man gleich, ne kennt man ja Starcraft-Kenner erkennt gleich, dass das irgendwie Starcraft ist, ne natürlich absolut schießt ihr auch zurück, oder so? ja, sie schießen zurück, gut und das waren meine Baufahrzeuge geile Scheiße Verstärkungen sind eingetroffen lalalala du dumm Arschlöcher, macht halt mal Adler-Rinette kaputt was hat sie euch denn getan? ich mein, okay, sie schießt Granaten mit enormen boah, mein Flak haben sie ja gleich noch mit weggeblasen, diese Wichse äh, was wollte ich jetzt sagen? ach ja, Flaks Flaks, ich meine, ihr schießt mit riesigen Kugeln in eure Basen und zötet euch, aber sonst hat's doch nichts gemacht, oder? schön, wie sie lieber den Turm kaputt machen, als mich schießt du? ah, jetzt kommen so viele weg, wie kann ich... ich kann's denn... ja, genau, die Türme kann ich sehen, die Adler-Riaber kann ich nicht sehen, naja, ne wohl, vielleicht wenn ich's drehe... nein, die hat keine Energie die ist unkaputtbar, geil Konstruktion abgeschlossen Egal, na komm, dreh dich, scheiß Bild dreh dich, schwenk dich was machst du da? hallo warum dauert das so lang? ich hab doch Energie wie Heu Energie wie Heu, ja genau ich glaub, das wird ja nur Mist so, neue Adler-Riaber aufbauen komm, 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 komm werd fertig ihr schießt wieder nicht ist das jetzt gut oder schlecht? das kann man nicht so genau sagen, ja aber ich hab mehr Baufahrzeuge Prodo-Sonden was kann ich noch sagen? keine Ahnung verdammt, was gibt's denn noch für Strategiespiele? Echtzeit-Strategiespiele, fällt keins ein verdammte Scheiße äh zumindest ist keins, das fertig ist Konstruktion abgeschlossen und warum zur Hölle ist da ein Kreuz? das ist das, was mal Adlerias nächstes beschießt oder so? nein, die beschießen gar nichts das weiß ich, was das ist es ist ein Zeichen Gottes, so ein Blödsinn reparieren wir den Turm da oben, sonst machen die den noch kaputt hier, da nicht? das wollen wir ja nicht und wir fahren einfach mal da her und schauen was passiert und es ist abartig wie niedrig die Framerate auf einmal ist egal hier spielen trotzdem weiter auch wenn's leckt wie die Hölle oder es noch mehr Adlerie und... Moment das ist ein Blödsinn